so akzeptieren es sollte jetzt problemlos funktionieren ohne dass das das der die aufnahme abkackt bitte spiel abgestürzt eben also noch funktioniert die aufnahme ich habe gerade angst gekriegt wie sonst was apropos hallo in der aufnahme deine mutter fragt was das ding ist fertig das ist schön zusammen klappen ich fahr mal die dings zum sauber machen scheiße ich fall hier gerade so ein bisschen den berg runter mit allen geräten wäre schade um diese case bist du da oder bist du weg bist du in game gut ich bring mal den ich bring mal den 1 ich bring den mähtrescher hier hin da wo er hin muss ja okay und alles andere ich tue das was am sinnvollsten ist grass man das solltest du aber machen ja aber es ist nicht das sinnvollste ich tue doch was nein das sinnvollste ist im kreis wer macht diese geräusche ich bin sie nicht wer das ach das ne das bin nur ich ihr macht mich schon wieder leicht aggressiv wenn ich gar keine lust drauf habe hey wir müssen dass der logic hey deine mutter hatte vorfahrt wirklich weißt du was ich mache nichts du könntest all den die 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 das silo lernen das könntest du machen könnte ich das und das wirst du auch aber das geht nicht ich kann das spiel leider nicht weiterspielen denn ich habe eine pollen allergie im spiel ja genau und ich habe eine halsmaul allergie also halsmaul ich fühle ganz ruhig halt einfach dein maul luka nein ich finde diesen ein traktor den brauchen wir nicht welchen den einen der jetzt tschüss sagt hey was laberst du dein scheiß ernst doch den brauchen wir nein doch ey Junge ich hatte vor ok das geht rache ich hatte vorfahrt fährte erstmal gegen den stamm gegen die warte weißt du ne ich hatte vorfahrt guck mal deswegen brauchen wir weil der der stärkste ist der den da hier powern kann deswegen überfährt das arschloch mich erstmal das gibt schläge warte ich will mitfahren warte 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 dein auto furzt aber heftig ich wenn du willst kannst du holz farmen du kannst das raps was wir gefarmt haben weg bringen oder äh trucks sauber machen trucks sauber machen trucks abspritzen weil gespritzt habe ich ja heute noch nicht genug haha naow äh kannst du jetzt mal ja warte das ist eure lust warum habe ich den mit dem lp bleib warum hast was warum hast du keins was warum hat live weil ich als ls15 noch nicht habe weil ich kein geld habe Ich hol mir, ich hol mir auch LS-17 bald. Das kostet mich noch mal viel mehr. Dass ich kein Geld habe. Das ist die pure Wahrheit. Weil du die gar nicht leisten kannst, auch kein Essen. Was brauchst du hier für Scheiße, Dinger? Alter, was braucht der hier für Frisse? Dinger, unser LKW. Die hab ich frisch gekauft, die Hure. Äh, was? Ja, okay, nee, weißt du, du hast mich jetzt enttäuscht. Ich hätte LKW, wir gehen jetzt ganz weg. Ey, ich bin schneller als du, ne? Nein! Tuck! Oh, fuck off. Was machst du für ne Scheiße? Dinger, wir verlieren das Raps, wenn wir ins Ohr... Ich hasse nicht. Als ich mal einen zurückgesetzt hatte, hatte der auch noch seinen Inhalt. Ja, Halt's Maul, du lügst so, damit ich dich nicht zusammen schlag. Nein! Ey, du wuschst nicht. Den holst du jetzt da raus, Punkt. Ja, mach ich. Manchmal die Menschen, ne? Ich hasse Menschen, ne? Menschen sind scheiße. Mein Auto fliegt. Ich krieg das schon wieder hin, Luca. Deine Mutter kriegt das hin. Äh, Luca, guck mal, wie professionell ich arbeiten kann. Apropos, ne? Du solltest auch den anderen, diesen Lemken... Solltest du auch schon sauber machen. Hast du auch nicht gemacht. Warte doch! Nö. Den mach ich jetzt. Nein! Spritzi, 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 Spritzi. Und ich spritz, 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 spritz dich voll, 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 da, 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 da. pang voll in die fresse pang voll in die fresse pang voll in die fresse kennt das noch jemand oder kennt das keiner mehr ich bin voll professionell warte was ich hoffe was ich habe angst du bist doch ich helfe mal kurz spritz 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 scheiße arren baumfeld renn und erleben Luca deine mutter ich muss dir einen witz erzählen deine mutter fickt im klo ja den kenn ich schon also die ein was die eine schreit bei uns ab der anderen ey jo ich muss jetzt zum direktor die andere fragt wieso wir haben eine lehrerin die heißt Frau Baum und da hat sie von der Treppe runter gefallen und da konnte ich mich nicht verkneifen zu schreien baumfeld er schlägt mir instagram siehst du Luca dann sieht die weiter schon wieder ganz anders aus halt dein maul hallo Luca komm mal her oh scheiße was mach ich hier mit meinem hkw Luca komm mal her ich bin der beste ne ich ramm jetzt dein 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 pick okay viel spaß mit deinem pick up zu fahren wieso guck ihn dir an er ist umgefallen er ist zur seite gekippt er war so fett er konnte sich nicht mehr halten Luca wo bist du an deinem hkw an deinem hkw warte oh man ist dein pkw fett ne was der konnte sich echt nicht mehr auf den beinen halten seine linken beine sind abgefallen tut mir ja leid tut mir ja leid nicht man wieso musstest du dir so viel geben mir ist der voll betrunken und ist umgefallen alles nur wegen dir ich kann dir doch einfach mit von Leichtigkeit wegschieben ne abgelehnt krass abgelehnt Digga krass abgelehnt wollen wir das obere Feld hier auch noch kaufen oh scheiße drifte ich hier geil rum boah hab ich die drifte ich wollte gar keine Felder mehr kaufen ey ich überlebe keine Arbeit doch Arbeit ist giftig deine Mutter auch was stellst du hier für Windräder hinter diesen Lagerraum für Maschinen äh no wrist no fun das ist dein Motto das ist mein Motto das ist mein Motto das ist das Motto aller meiner Personen du musst du musst noch was anspritzen warte doch erstmal ich muss eben erstmal den LKW aus deiner Zwick spritzi 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 spritz warte mal ich bring eben das Dings weg du musst einfach den Plan schließen weil das ist ganz doll wichtig hauptsache ich nehm das Schild mit äh hi na wie gehts ernsthaft weil du an einem Baum hängen geblieben bist konntest du ihn jetzt nicht haben LKW du enttäuschst mich oha guck mal da der Mähdrescher ist voll Schiff von dem muss ich nen Motor machen aber da muss ich ganz nah ran fahren das kann man den ja gar nicht in voller Tracht sehen Junge ich mähe hier gerade verpiss dich hallo verpiss dich verpiss dich ich hab Vorfahrt du bist doch nicht mal auf der Straße du dummer Vollidiot aber ich hab Vorfahrt Kapp vor allem ne deine Mutter hat Vorfahrt deine Mutter hat Vorfahrt Spritzi 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 in die Anhängi so ich fahr dann eben das ähm Dings wegbringen Raps gut machst du gut ja weil ich grad nicht äh und ich spritz 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 dich voll in die Fresse in die Fresse jjjjjjaa jaa du willst also noch mehr ok und ich Spritzi Spritz Spritzi 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 immer weiter und ich fückt ey was deine mutter und ich fixe richtig scheiße bist du umgekippt warum weil du das böse schei sse wort gesagt ach heul doch wieso soll ich heulen weil du ne pussy bist nein denn ich bin ein truck fahrer so schlecht wer hat da dieses piepsen was für ein piepsen ich hab so ist es etwa bei meinem wo soll ich das wo soll ich gras wo soll ich unsere drogen hinpacken unsere unsere drogen unsere fetten drogen das gras häcksel gut doch ist häcksel gut steht in die windrad warte kann ich das mit einem truck machen oder geht das muss ich damit mit dem mit kann ich mit einem ja was ich habe deine mutter hat vorfahrt und zwar im bett okay ich kann den nicht anhängen verpiss dich ich habe hier vorfahrt nein ich habe vorfahrt nein ich ich war hier zuerst fick dich ich hab vorfahrt fick dich boah Junge Junge ey ich spann dich gleich ne nein ja danke jetzt muss ich so oder so zurücksetzen du voll spacken hä wieso zurücksetzen was hast du ich muss den scheiß hier wegbringen du fotzen scheiß boah digga lass es jetzt ich versuch grad dieses eine rad zu treffen au halt dein maul mit einer rad zu treffen du versaust es nur nein ich kann dir sagen dass ich toll bin ach so guck mal ich geh rückwärts fahren im kreis du bist scheiße scheiße äh jetzt bin ich scheiße ja das wissen wir aber schon alle halt dein maul wir sind alle Silos leer ich wollte mich gerade pranken wie willst du mit Silos pranken digga indem ich mir alles in den LK fülle hä wenn du eine sache drin hast kannst du keine andere sache rausholen ja ich weiß aber in dem ich dir mindestens ein Tank leer so zur Windmühle soll ich das Häckselgut bringen jo ich dachte grad ich müsste dir sagen dass der blaue Toto geht das überhaupt ob das geht nein und weißt du wieso häckselgut du hast heute noch kein Snickers gegessen häckselgut muss Biomasse Weizenwerk wo ist das ich switch gerade durch nach dem LKW den ich sauber machen soll Biomasse Weizenwerk das ist da lang ey Luca du hast nur einen LKW das weißt du ne ja aber ich meinte PKW Dinger da sind ja auch irgendwie LKWs moll jetzt was ich sage ist Gesetz hier stehts im Gesetzbuch steht in deiner Mutter drin nein da auf jeden Fall nicht doch aber ganz schön tief äh äh Luca Luca sei bitte leise in diesen Minuten wo ich die Dummheit verarbeiten muss häe I don't get it jetzt muss ich noch mehr Dummheit verarbeiten ja da bin ich grad und der sagt häckselgut wird hier nicht angenommen warte 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 ich muss das eben denen nicht hier klären weil wir machen hier nicht mal Mist ich muss denen eben sagen hier was Sache ist okay halt deinen Maul nee warte 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 oder ist das kein häckselgut das ist ja eigentlich das ist ja Rasen Digga das ist Rasen du bist so rot und nicht die Häcksel ähm Luca verpiss dich dort warte verpiss dich nein ich muss da rein verpiss oh bitte verpiss dich da bitte boah du bist häcksel scheiße bist du aber richtig warte ich muss deinen Anhänger da halt das Maul verpiss dich vom Anhänger ja die sind unlogisch wir haben jetzt ein Lkw voll verpiss dich nein warte ich möchte nicht hin wir haben jetzt ein Lkw voll verpiss dich du weißt schon dass man damit Kühe füttert ne und ein Lkw voll mit Haar und ein Halm mit Heizmaul lkw voll mit Haar Luca halt dein Maul und die Reise drin Opti halt einfach dein Maul das Gras ist Kuhfutter ja dann benutzt es dafür dann haben wir jetzt Kuhfutter dann haben wir jetzt Kuhfutter was das Kuhfutter Juga? Halt dein Maul! Na ich hab' meinen Witz zur Feier des Tages. Halt einfach dein Maul! Na? Ich hab' das mal. Ich verspreche es dir. Aaaaaaaaaaaaahhhhhh Ja? Hilf mir einfach richtig hier und fertig. Wie soll ich dir denn helfen, wenn ich keine Lust drauf habe?